Weihnachten 2013, Kirche der offenen Türen. Im Gespräch der Chef der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller. Herr Erzbischof, Christen an der Welt stehen vor dem Weihnachtsfest. Selbst jene, die nicht mehr religiös praktizieren, begehen dieses Fest. Was ist das Geheimnis? Was ist der Kern von Weihnachten? Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu Christi, aber insgesamt die Menschwerdung Gottes. Gott kommt zu uns Menschen in seinem Sohn, Jesus Christus, nimmt er unser Menschsein an, begleitet uns. Wenn Gott für uns Menschen da ist, dürfen auch wir füreinander da sein. Jesus kam in einem schäbigen Stall in Bethlehem zur Welt, so heißt es in der Bibel. Wie wichtig ist das Thema Armut und diese ausgesetzte Widrigkeit rund um die Zähne der Geburt Jesu? Die Armut gehört zu unserer menschlichen Existenz, bezieht sich ja nicht nur auf den Geldbeutel, sondern dass wir eben auch in einem zerbrechlichen Leib leben, allen möglichen Gefahren ausgesetzt bleiben, dass wir eben auch nicht meinen, wir sind die Götter oder wir können uns über andere erheben, sondern dass sich daraus ein Grundgefühl der Solidarität aller mit allen ergibt, dass wir aber auch wissen, wir sind bedürftig, wir haben offene Hände Gott gegenüber und er schenkt uns alles, alles hängt von seiner Gnade ab. In diesem Jahr hat die Kirche zum ersten Mal ein Papst aus Lateinamerika und man hat das Gefühl, plötzlich sprechen alle von der Armut. Wie sehr verändert sich der Blick auf die Armut rund um das Weihnachtsfest angesichts eines Papstes aus solchen Lebensverhältnissen? Jetzt haben wir eben die große Freude und auch die Chance, die uns geschenkt wird, dass jetzt zum ersten Mal ein Papst aus einem ganz anderen Erdteil kommt, eben als aus Europa, jedenfalls in der Neuzeit. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr gut und wichtig, dass eben auch die Probleme der sogenannten dritten Welt, aber es ist ja eben nicht die dritte Welt, sondern wir gehören ja alle zusammen, dass diese Probleme der vielen Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, wo auch die Würde des Menschen in Frage gestellt wird, dass diese Menschen voll und ganz in den Blickpunkt kommen, der ganzen Kirche, aber natürlich auch für uns, die wir von einem europäischen Kontext her kommen. Plötzlich sprechen auch viele Bischöfe von der Option für die Armen und zitieren damit eines der wichtigen Worte der Befreiungstheilogie. Wie politisch muss eine Kirche sein, um diese Option für die Armen wahrzunehmen? Wir sind nicht politisch, indem wir parteipolitisch sind oder irgendwie nach der politischen Macht greifen, aber indem wir die Polis, das Gesamtanliegen der Menschheit, auch die soziale Dimension voll in den Blick nehmen, auch diese moralischen Aspekte unseres Zusammenlebens hervorheben, auch die ethischen Aspekte einbringen in den politischen, den öffentlichen Diskurs. In Deutschland wird häufig darüber diskutiert, ob die Kirche zu reich sei. Es braucht eine arme Kirche. Franziskus ermutigt viele, die diese Kritik üben. Wie reich oder wie arm muss die Kirche sein, die katholische Kirche weltweit und in Deutschland? Reichtum nicht in dem Sinn, dass wir sozusagen diese Güte der Welt benutzen, um uns einen Vorteil zu verschaffen oder um irgendwelche Repräsentationen unserer selbst darzubieten, sondern die Kirche braucht auch jetzt die materiellen Mittel, um ihre Sendung zu erfüllen. Wenn ein Schulsystem da ist, das von einer Diözese oder von einer Kirche in einem ganzen Land oder von Ordensgemeinschaften unterhalten wird, weiß jeder, dass dazu auch nötige Geldmittel die Voraussetzung sind. Aber keiner würde sagen, das ist ein Reichtum im Gegensatz zu anderen Gegenden, wo diese Mittel nicht da sind. Wenn diese woanders nicht da sind, muss man eben dafür sorgen, auch mit unserem internationalen Austausch, dass wir auch helfen, von uns aus, von europäischer Sicht aus betrachtet, auch helfen, dass in anderen Erdteilen die Kirche ihrer Sendung gerecht werden kann, im Bildungsbereich, aber auch im sozialen Bereich oder was Krankenhäuser, Gesundheitsfürsorge angeht. Und hier brauchen wir eben ein richtiges Verhältnis zwischen dem idealen Ziel und den materiellen Mitteln, die zu seiner Realisierung vorausgesetzt sind. Sie selbst sind biografisch Arbeiterkind aus einem Mainzer Vorort, aber wirklich in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Es fällt auf, dass der als konservativ verschriebene Theologe Gerd Ludwig Müller und spätere Bischof und Erzbischof seit langem nach Lateinamerika fährt, um eben unter den Armen zu leben, um die Menschen in Lateinamerika zu begleiten. Was hat Sie gereizt und was reizt Sie, was beeindruckt Sie an diesen Menschen in Lateinamerika? Ja, dass unsere Brüder und Schwestern sind. Wenn man so eine Herkunft hat wie ich, fühlt man sich nicht an Standesgrenzen gebunden. Aber man ist auch nicht von einem Affekt geleitet, dass man es jetzt irgendwie selber nach oben schaffen muss, nach menschlichen Maßstäben. Sondern wenn man Priester wird oder überhaupt Christ ist, geht es eben darum, die ideale Christi zu verwirklichen und den Menschen auch persönlich nahe zu sein. Was hat sich dann verändert in diesem Jahr damit, dass das Papsttum aus Europa nach Lateinamerika gegangen ist? Natürlich sitzt der Papst in Rom, aber es gibt einen ganz anderen kulturellen, soziokulturellen Background. Was heißt das? Ja, wir denken ja manchmal so in diesem Schema, hier ist es Zentrum und woanders ist die Peripherie. Aber Zentrum ist ja auch ein geistliches Wort. Zentrum ist überall da für die Kirche, wo Christus gegenwärtig ist, wo in der Liturgie angebetet und verherrlicht wird, wo er in der Predigt, in der Katechese bezeugt wird, als Grundlage auch für ein gelingendes Leben oder wo in der Diakonie am karitativen Tun auch präsent wird, wo wir auch in den Armen, den Loten, Leidenden, Hungernden, Dürsten Christus selber erkennen und ihm auch begegnen. Und insofern gelingt es dem Heiligen Vater, gerade auch durch diese Herkunft, durch die Prägung auch, von einer anderen Sicht der Welt her diesen künstlichen Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie zu überwinden und eben auch die Kirche noch mehr zu einen um Jesus Christus, dessen Stellvertreter er ja ist als das sichtbare Haupt der Kirche Gottes. Wie wichtig war es, dass es eine Befreiungstheologie gab und gibt, Sie sind mit Gustavo Gutierrez, einem der großen Theologen dieser Bewegung, befreundet, damit es eine Gestalt wie Franziskus geben kann? Die Soziallehre ist uns ja von einer langen Tradition auch schon vorgegeben, aber in Gaudium et Spes, einer Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konsils, ist das ja noch vertieft worden. Die Befreiungstheologie geht noch darüber hinaus, indem sie ganz deutlich macht, dass sie Theologie sein will und nicht nur einen Beitrag auch für das soziale Leben, auf der Grundlage des Naturrechts, der Anerkennung der Menschenwürde. Hier ist ja die Frage, wie können wir von der Liebe Gottes sprechen, angesichts des Leidens und der Not vieler Menschen, die sich ja in ihrer Menschenwürde beeinträchtigt sehen müssen. Und es geht nicht nur um das banale Thema, dass der Geldbeutel etwas dünner ist als woanders, sondern es geht hier grundlegend um die Menschenwürde. Jeder Mensch ist nach dem Bilden Gleichnis Gottes geschaffen und deshalb braucht es eben auch einen Grundbestand, der auch garantiert, dass diese Menschenwürde nicht nur ein Thema ist, sondern auch verwirklicht wird. Lassen Sie uns noch einen Blick nach Deutschland richten. Sie sind katholischer Theologe aus Deutschland und erneut ist ein deutscher Theologe, Präfekt der Glaubenskongregation. Deutschland ist das Land der Reformationen. Die Protestanten weltweit gehen auf das Jahr 2017 zu. Vor wenigen Wochen hatten Sie Nikolaus Schneider, den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, hier. Er war beim Papst dabei, war auch bei Ihnen. Worüber sprechen zwei führende Theologen dieser beiden Kirchen, wenn sie im Vatikan zusammenkommen? Wie nah sind Sie Nikolaus Schneider? 1517, 2017 ist natürlich ein symbolisches Datum, aber es zeigt einerseits den Erneuerungswillen aus der spätmittelalterlichen Kirche. Hier kommt die Reform an Haupt und Gliedern, das war ja ein großes Schlagwort. Aber heute betrachten wir ja diese historischen Ereignisse unter einem ökumenischen Gesichtspunkt und es werden ja die Stimmen auch immer lauter, auch bis zum Vorsitzenden der EKD-Ratsvorsitzenden und anderen gewichtigen Stimmen, Bischof Weber, der für die Ökumene von evangelischer Seite verantwortlich ist, dass wir dieses Datum als ein gemeinsames Christuszeugnis begehen vor der Welt, das gemeinsame Zeugnis über all das, was uns verbindet. Das verbindet uns ja sehr Wesentliches. Ich glaube, das muss in den Mittelpunkt gestellt werden und es muss vermieden werden, dass jetzt hier neue Wunden geschlagen werden oder dass man das historische Erinnern so pflegt, dass sozusagen die alten Wunden wieder neu aufgerissen werden. Wir müssen die Wunden schließen, die Wunden müssen vernarben und es muss ein gemeinsamer Weg zur noch tieferen und zur vollen Einheit hin fortgesetzt werden. Passiert noch etwas ökumenisch bis 2017, Stichwort konfessionsverbindende Ehen, oder wäre eine solche Erwartung überzogen? Ja, es ist ja auch ein gemeinsames Dokument auch jetzt verabschiedet worden, vom Konflikt zur Kommunio, zur größeren Gemeinschaft, den man versucht hat, auch historisch aufzuarbeiten, die Kontroverse-Theologie, die kontroversen Punkte in ein neues Licht zu setzen und auch dann die Ehen, die ja in Christus geschlossen sind, von uns als Sakrament verstanden werden, zwischen Christen, auch wenn sie unterschiedlicher Konfession sind. Die sollen natürlich auch in diesem ökumenischen Prozess teilhaben und somit kann, wenn auch diese konfessionsverschiedenen Ehen und Familien, wenn es richtig aufgefasst und gelebt wird, kann es durchaus auch ein Beitrag sein, dass der ökumenische Prozess gut weiter geht. Aber es kann natürlich nicht sein, dass sonst irgendwie der Status quo des wirklichen Getrenntseins in Ultimo fortgeführt wird und dass wir sagen, wir belassen es dabei, dass wir uns ganz gut vertragen, dass wir uns nicht irgendwie wechselseitig jetzt unter Verdacht stellen. Das Ziel muss sein, gemäß dem Willen Christi, dass die volle Einheit der Kirche auch wiederhergestellt wird und erneuert wird. Das ist auch die Voraussetzung, wie Christus sagt, dass die Welt auch glaubt angesichts dieses gemeinsamen Grundzeugnis aller Jüngerinnen und Jünger Jesu. Exzellenz Erzbischof Müller, herzlichen Dank für dieses Interview mit der Deutschen Welle. Gesegnete Weihnachten! Gesegnete Weihnachten! Und ja! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020